weiter geht's jetzt soll ich mich mal zettelbaum erschlagen das ist mein job normalerweise solche aktionen zu bringen so sagt man auch schon einmal mit profis über diesen nachmacher sind schon wieder zwei kleine 3 ich nehme die greifen alle drei vier sind das jetzt auf die auf mich gehen ich hasse das immer ich geht ja schon gut los wieder schon wieder tot Hilfe ja danke die wächst du mich gerade ja ich schneide dich in scheiben da ist doch mal lange zu tun bei mir so jetzt habe ich glaube mal so eine Olle zerlegt schöne Aussicht von hier oben da war ich gerade auch schon drauf ich wollte nur mal gucken ob die auch funktioniert funktioniert die hat funktioniert ich spanne jetzt die eine falle wieder spannend jetzt bin ich hier am boden ich auch ich stecke mich daneben ich habe den typen nicht gesehen ich wollte jetzt eigentlich team banken und dann sehe ich den typen ich bin tot dafür jetzt noch mal neue starten an mir steht das bild ich wollte eigentlich sagt das er war bei dir nicht schnell genug ja wie lange lagst du da da sowieso geht der schnell gerade erst da ich habe auch die taste nicht gedrückt also diesmal war ich nicht okay ich habe den controller extra weggelegt ich wundere mich dass du jetzt auf einmal neu starten ja keine ahnung ich lag ich lag ich lag da habe den controller weggelegt und stand auf einmal days survived da ist das vielleicht wenn die irgendwie weiter auf einen einkloppen dass man dann schneller kann sein dass das so ist ist oder so weiß es gar nicht oder so jetzt mal bei 193 rest noch jetzt wieder mein schwer hin ab ihr eine aussichtsplattform an einem dorf gebaut ein weil ich steht an einem see einem dorf steht einer von diesen klettern kann sein dass wir die am anfang gebaut haben oder so dass sie ganz am anfang ist weil ich glaube so was brauchen die ja nicht kann sein dass wir gesagt die am anfang gesetzt haben wir spielen schon eine ganze weile mal wieder mit einem wechseln im team oder so ich glaube so wir wollen jetzt ruhig die einzige die von anfang an dabei ist die anderen sind solche gar nicht mehr in der gruppe die mit dabei waren so zwischendurch mal weil die einfach nicht folgt weil die nicht irgendwie klarkamen dass wir mal das team ein bisschen durch wechseln öfters wobei jetzt nur zu fett ist das ist egal die wollten nicht teilen das hat sich egal sagen wir vier leute zusammen kriegen ist das ok ja ich bin immer dabei wenn wenn ich zeit habe und ihr wollt dann bin ich auch dabei ja auch wenn ich zeit habe bin ich ja deswegen schreibe ich es ja vorher in die gruppe deswegen frage ich nach wie es aussehen wenn es gesagt hätte wir es wäre nur eine heute gewesen hätte heute auch nicht weitergemacht weil dann mit zwei mann lohnt sich das meiner meinung nach nicht so grob hat man ja bei einigen dann auch folgen gesehen ja da muss ja gut klar haben wir ein bisschen sich durch mal gemeint aber dann war gut dass er wenigstens ein paar noch dabei waren ja die war zwischendurch noch ein bisschen langweilig weil man damit mit zwei leuten nicht so weit dass man sich mal labern soll oder machen soll das ist jetzt mit vier leuten durch einfacher so da bin ich wieder muss noch mal eine leiche finden naja steht was ja tut da die hintertür am haus die er da gesagt hat ja ja wie so schön ins wasser führt hatte die speziellen zweck oder kann sein dass da mal was noch hin soll oder hin sollte kannst du machen ja so mehr sogar fast bald rum mit dem zaun ja gut wir haben jetzt nur noch wenn wir jetzt gerade ein bisschen duft haben wirklich zum durchziehen aber jetzt gerade nicht wirklich gegner welche richtung oder so ist es egal oder macht einfach so günstig wie möglich zum thema wir haben wieder wir können wir sich brauchen weil da ist jetzt gerade aber jetzt bin ich baden gegangen da ist wieder so eine rolle wir sollten auch mal zwischendurch mal gucken dass wir wieder nahrungsmittel sammeln ja die ganze zeit nur arme und so ich habe schon wieder ein paar gesammelt und wieder haben ja schon fast gesucht und auch eine schöne runde schwimmen jetzt kommen wir gerade echt gut voran so da ja der stück hat nur 67 baumstämme nur pass auf wir wollen bei dir hinter dir ist wieder so ein leuchte heini also Oh, gib mir wieder Eich. Ich habe dir gar nichts getan. Jetzt sollte man hier hinten auch irgendwo noch eine Tür reinmachen, dass man hier noch reinkommt. Ja. Dann tu dich keinen Zwang an, mein Gott, wie gesagt. Hauf was rein, wenn das passt. Klar. Ja, schon mal rein. Da noch. Ich glaube, ich habe eine gute Rolle, wenn ich fremde. Ah, du hast gesehen, bei der bin ich eigentlich so ein bisschen weg gerade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, wir müssen nochmal frischen. Mal kurz was beißen. Also das ist so. Wo? Ich warte mit dem Erdruhen hierher. Wo? Oh. Wie Blaupiln. Hm hm hm. Wann am Eingang haben wir noch irgendwo... Wann waren noch Beete, ne? Wann haben wir noch Beete, ne? Wann haben wir noch Beete, ne? Hm? Pflanzbete war noch vorne auch irgendwo, ne? Ja, beim Haupteingang vorne. Ja, da konnte man ja auch mal ein paar Sträucher reinsetzen, ne? Mit den Blaubeeren. Hm hm. Wollt schon wieder dunkel gleich. Oh. Ich hab dann noch mehr vor den Poetschen. ja die zwischendurch kommen pass auf der kompasse vor sich bauen die waren die genau die akse ich hab mir die achse eingeschwungen ist kalt ja also jetzt im game so ich gehe schon mal hier ans bett ich würde sagen wir machen jetzt auch feierabend also wieder session oder wie seht ihr das ja so langsam ins bett wäre nicht verkehrt machen wir das so ich habe morgen kein feierabend naja mal weiter ich kann geld verbrennen kann man das überhaupt für irgendwas anderes nutzen ich glaube nicht keine ahnung dass das kleingeld das brauchst du um bomben zu bauen ich meine die scheine und und die scheine wenn du zum wenn du da zu dem endgegner gehst da kommt man durch so ein labor und da stehen überall automaten wo man dann übel und dosen ziehen kann mit dem geld ok da hätte ich das rette mal kurz auf das spiel bei schlafen können wir eh noch nicht ja ich habe jetzt gerade mal eben das vorher angemacht noch ich weiß noch ein paar scheine hinterher einmal im lebgeld verbrennen wie ich will schlag kloppt ich will leicht ist meine feuerstelle meine feuerstelle so können wir mittlerweile leider noch nicht mit dem schlafen das wird noch dauern glaube ich naja da machen wir so feierabend gut dann machen wir nicht geschlafen letztes mal sagen wir mal in der nächsten folge auf jeden fall weiter bis dann